Welt, ich grüße euch. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren Lego-Lädchen. Kommt mich gerne besuchen, es wird ein Fest. Ich habe alles für euch da. Heute zeige ich euch ein schönes Schiffchen von Star Wars aus der Old Republic Serie von 2012. 740 Teile, die 9500. Das ist ein Sith Fury Class Interceptor. Großartig. Nur drei Figuren dabei, ein bisschen wenig für die Preisklasse. Es ist aber ein wunderbar kompakter Schiff, zeige ich euch gleich. Kurz die Figuren, es geht nämlich schnell, sind ja nur dran. Darth Malgus. Lustiges Keilchen. Keine Haare, dafür ein schönes Schulterumhang-Ding mit Panzerung oben. Guckt mal, freundlich schauendes Gesicht mit gelben Augen. Gibt es nur in diesem Set, generell. Also nicht nur diese Version der Figur, sondern den Darth Malgus gibt es generell nur in diesem einen Set. Und dann haben wir hier noch zwei Sith Trooper. Sind die gleichen. Nicht besonders spannend. Sind aber zwei dabei. Sind ja da so ein bisschen als Fußvolk und die kann man in dem Schiffchen auch schön unterbringen. Und die können die Kanonen nachladen und so. Ganz toll. Kommen wir zum Schiff. Wie ich schon sagte, 740 Teile. Sind ein paar spezielle Teile dabei. Sehr nett. Ist ein sehr kompaktes, dichtes Schiff. Nicht so wie bei anderen Star Wars Schiffen. Bei manchen, beim großen Gun-Schiff zum Beispiel, dass man viel umbauten Raum hat. Relativ viel Hohlräume drin. Sondern das Ding hier ist wirklich kompakt. Ist auch schön schwer. Und liegt gut in der Hand. Wird in Modulen gebaut und die werden dann technikmäßig zusammengesteckt. Gibt eine hohe Stabigkeit im Modell generell. Ist auch gar nicht so zerbrechlich. Also wenn man das jetzt hier so sieht, dass man denkt, vielleicht gehen die Flügel leicht ab. Ist eigentlich tatsächlich nicht der Fall. Sehr schön. Mir gefallen wie immer. Ihr kennt mich ja die großen Teils hier oben. Die schönen Kacheln und Flächen gefallen mir sehr schön. Generell viele Flügelteile dabei. Die auch gerne dann nochmal benutzt werden, wenn man irgendwas schönes anderes basteln möchte. Ein anderes nettes Raumschiff. Kurz zu den Funktionen. Natürlich ein Cockpit mit Print. Kann man aufklappen. Also zweistufig. Hier hinten ist ein Gelenk. Hier ist ein Gelenk. Kann man hochklappen. Hier drin kann man dann so eine Treppe runterwurschteln. Und dann dieses Gelenk hier öffnen. Hier ist so ein bisschen eine Kommandozentrale. Ich zeige euch das mal ein bisschen, damit ihr ein bisschen da reingucken könnt. Was man da aufklappen kann. Und hier hinten kann man dann darf Malkus reinsetzen. Man klappt es wieder zu. Klappt es hoch. Deckel drauf. Und wir sind startklar. Auf der Rückseite ist es noch ein bisschen aufwendiger gemacht. Haben wir auch wieder eine schöne Klappfunktion. Gelenk hier und nochmal ein Gelenk hier, um es richtig aufzuklappen. Hier ist die Unterbringung für die beiden Sif Trooper. Hier sind auch noch die beiden Blaster von den Sif Troopern. Und man kann hier unten das. Es ist mit einem kleinen Pin festgehalten. Muss man kurz dran ziehen. Und dann kann man das herausnehmen. Hier können die beiden Sif Trooper hintereinander drin stehen. Und dann kann man die auch runterbringen. Ist hinten durch diesen Pin gesichert. Zeige ich euch mal ein bisschen näher. Das ist der Schiff. Unten der rote Pin. Und hier ist der Technik Brick. Und damit kann man das andocken. Läuft dann in diese beiden Schienen hier rein. Andocken. Drin. Klappe wieder runter. Alle an Bord. Jetzt seht ihr noch etwas Schönes. Das kann ich euch gleich so zeigen. Das ist die Ruheposition des Schiffes sozusagen. Aber wenn es fliegt, Star Wars typisch, müssen sich ja Flügel aufklappen. Das geht auch. Hier sind nämlich diese schönen Dämpfer. Und dann kann man das hochklappen. Und genauso unten kann man das aufklappen. Ist das schön? Wunderbar ist das, oder? Sieht doch gleich viel gefährlicher aus. Und von vorne. Und überhaupt. Kann man mit rumfliegen. Echt klasse. Auf der oberen Seite hält es ja toll durch die Schwerkraft dann drauf. Und wackelt nicht rum. Ist ja dann sicher. Auf der unteren Seite wird es dann immer so leicht aufklappen. Wäre nicht schön gelöst. Hat Lego was Tolles gemacht. Ich mache ja wieder Zeug. Hier sind diese beiden Technikkugeln angebracht. Auf der anderen Seite ist eine modifizierte Platte mit einem kleinen Pin, wie ihr das kennt bei City Autos, zum Anhänger anzubringen. Und wenn man das herunterklappt, wird dieser Knubbel dann über diese beiden Technikkugeln gedrückt. Dadurch ist er fest. Ist das toll. Echt klasse. Gucken, das hier oben hat sich ja jetzt durch das Rumkippen gelöst. Würde auch unten die ganze Zeit passieren und runterbaumeln. So ist es fix. Aufkleber sind natürlich auch dabei. Hier seht ihr an der Seite diese Schienen. Die werden eigentlich mit Aufklebern versenkt. Die sind noch hier in der Hülle drauf. Das ist auch noch die Pappe, um diese wunderbaren, perfekt erhaltenen Originalanleitungen runterzubringen. Ich habe auch noch ein paar Ersatzteile dazu, die beim Bau übrig geblieben sind. Also rundum ein perfektes Modell im absoluten Neuzustand. Das Ding ist wie geleckt. Einfach nur aus der Packung genommen, aufgebaut. Das war es. Ein schönes Set. Selbstverständlich vollständig. Figuren sind dabei. Habe ich euch ja gezeigt. Das steht jetzt hier. Kommt gerne vorbei. Kommt mich besuchen. Kommt das Modell besuchen. Schaut euch an, was ich noch so alles für euch habe. Habt ja alles da. Wisst ihr ja. Figuren, Ersatzteile, alle neuen Sets. Sehr viele alte Sets. Gebrauchte Sachen, neue Sachen. Einfach alles. Schaut euch unten mal meine Webseite an und meinen Brickling Shop. Das wäre ein Fest. Macht's gut. Bis bald.